Also Leute, hier ist wieder DragLines mit einer Livestream-Ankündigung und zwar für heute, Samstag, den 11.05.2019. Geht es ab 23 Uhr erst los, wieder so eine Art Spätnacht-Stream auf YouTube, Link in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit Kingdom Hearts 3 Critical Mode. Gut, und ich hoffe, dass es dann morgen den eigentlich für letzte Woche angekündigten Dark Souls-Stream gibt und es nicht wieder irgendein Problem gibt. Ich hatte leider einen Internet-Ausfall übers Wochenende letzte Woche. Leider. Und innerhalb der Woche gab es keine Möglichkeit, das nachzuholen. Deswegen, aber erstmal heute noch ein bisschen Kingdom Hearts 3 Critical Mode Level 1. Das Ende des Streams ist offen. Wir schauen einfach mal, wie lange. Also 23 Uhr geht's los. Bis dann. Bis gleich. Bis nachher. Tschüss.